Hallo und herzlich willkommen zu und zu Let's Play Saints Row 4 mit dem Nico Hallo Der Hallo sagt Hallo Wir werden uns jetzt umsteilen, charaktermäßig Aber wie komm ich hier rein, da Wie das in echt sein sollte einfach mal schnell, äh, ne Geschlechtsumwandlung Find ich gut Ich hab 93.000 Dollar Operation 500, hallo Hast du ein bisschen viel mehr als ich, würd ich sagen Echt wie viel hast du? 27.000 Ja So ist das Hart und ungerecht Hart und ungerecht Tja Das ich so wenig hab, da hast du allerdings recht Schau mir mal schnell, ey, ich will keine Väter haben, schau mir ne geile Haut? Hautton, Alter, Sexappeal? Natürlich Ja, du fängst natürlich wieder nur mit dem Sexappealer, ne? Ja, da kann ich ja nix dafür, wenn das auf der Hauptseite hier ist Ja Vor allem die wackeln auch Ist immer ganz wichtig in Spielen, dass die dann wackeln, muss sein Ja, Realismus Ja, nee, ist klar Natürliche Augen Grübchen? Nein Ach, das Gesicht kann Scheitelstirn What the fuck? Unterlippen Seitengröße Unterlippen, das ist immer ganz wichtig Vor allem die überleiten Seitengröße Boah, was Was man auch vor allem alles einstellen kann Leck mich am Arsch Ne, ne So, wie kann ich denn die Nasenbreite? Die ist mir ein bisschen zu dick, die Nase Wobei ich eigentlich gar keinen Bock habe, so viel umzustellen Toll Ich werde von den Möglichkeiten ja hier total überfordert Toll, wovon du alles überfordert bist Oberlippen Mittelhöhe Oberlippen Mittelgröße Ihr habt doch echt einen an der Waffel Römer ist auch ne schöne Frisur für ne Frau Hm? Römer Bulmer? Römer Ach Römer Römer Der Römer Die schrien dir Römer Harre Hausraus in den 50ern Nö Himeschnitt Jirokese Japanisch Diese ganzen kurzer Frisuren sehen alle scheiße aus Kung Fu Ja genau Und bist schon fertig Nö, ne Du hast ja eigentlich nicht viel zu tun, oder? Ne, ich mach mir nur eine normale jetzt mal Oh Natürlich, das Merkmal muss natürlich da bleiben Ist klar Lässt du deinen Bart eigentlich da? Ähm, so, warte, ich bin ja noch nicht fertig Dein sexy Bart? Mein sexy Bart? Ich weiß gar nicht mehr, welch ich für nen Bart hatte, ey Schwer vergessen Das hatte ich nicht für einen Keine Ahnung Moustache Ach stimmt Moustache Guck Ja, keine Keine Augenbraue Ist natürlich auch was Schönes Keine Augenbraue Achso, du machst ja eine normale Stimmt Dann sieht's komisch aus Dezent Für ne Silversurferin wäre das nicht schlecht gewesen Das stimmt Hm Ja, aber welchen hatte ich denn? Das ist nicht so einfach Den hier, ich nehme jetzt den Ne, den will ich nicht haben, der ist scheiße Pornobalden So, ich finde die sieht jetzt schon super knaller aus Gibt dir noch nen Eyeliner? Das ist eine Naturschönheit, die braucht eigentlich gar kein Make-up Ich hab irgendwie Angst, deinen gleich zu sehen Findest du? Meinst du? Die sieht super aus Ich mach mir so ne Heidi Klum Einfach so dünn Heidi Klum? Ja Mach das Meine sieht auch ungefähr so aus Fast Ja hier nicht So, Persönlichkeit Ja, ich muss auf jeden Fall mal eben mein Outfit ändern gehen Ein bisschen hochpitchen, das passt schon Irgendwelche Gesten auswählen So Charakter Nein, nicht Charaktergalerie Ach, hab ich auch erst draufgeklickt Ein Abbruch So Oh, die hat nichts mehr an Alles verpixelt Verlassen Verlassen Jawohl Warum ist sie so hässlich, dass das Spiel sie schon selbst verpixelt Boah, die sieht Granate aus Ehrlich? Du wirst dich bestimmt sofort verlieben Auf jeden Fall, weil ich ja selbst selbst ne Frau bin Ja, dann erst recht Hast du ne schönen Lesbe gemacht? Ja, das sowieso Achso Das sowieso Ich hab aber ne geile Stimme jetzt Ja, ich hätte endlich mal auch ne normale Na, meine ist ein bisschen hochgepitcht Frauen haben ja doch teilweise immer ein bisschen höhere Stimmen Ehrlich? Aufgrund des Realismus musste ich das mal hier so Ja, natürlich Jetzt musst du auch nicht mehr anfangen hier realistisch zu spielen Hallo, du hast doch von Realismus angefangen Ja, sagt der Mustach-Typ Ey, der war ja wohl mal über Porno Auf jeden Fall Das war Oh, du kannst doch aber das auch anlassen, ist doch super Hast ja auch ein schicker Bart Verdammt, jetzt hab ich die Formulation verlassen, das ist natürlich doof Egal, hier, man sieht jetzt von meiner eh nix mehr Hahaha Geil Hahaha So, warte mal, jetzt muss ich erstmal wieder raus Mal rein Ich schlag ja mal eben ein paar Straßenbänder zusammen So Bin ich nicht freundlich Ich muss mir jetzt auch was anderes anziehen Und tue dies Mach ich auch Guck mal, sehe ich nicht geil aus? Hübscher Ninja-Outfit-Anzug Nein, das ist der Sid-Anzug Der sieht aber aus wie ein Linier-Anzug Der sieht aber aus wie ein Linier-Anzug Ja, ja, ich lass das jetzt so Wer war das denn? Sowas muss man einfach immer ignorieren Was heißt denn hier sowas? Kein BH kann ich auch mit der nackt rumlaufen Finde ich gut An und für sich Aber das wird halt Fehler verpixelt, ne? Das sagst du Ja, weil es so ist? Nein Ach, deine nicht, ne? Ich habe den ultimativen Hack dafür Ja, natürlich Ja Ach komm, ich nehme den Pornostyle Popstar Ja Ich habe gar keine Outfits Also nehmen wir das wieder Das hatte der Typ zwar auch schon, aber ist egal Man kann auch mal abgetragene Sachen anziehen Vor allem Männersachen Hä? Vor allem Männersachen Ne, ne, das sind ja Frauensachen Achso Na dann Das macht es natürlich besser Hier ist irgendwie eine Datensammlung Hier ist irgendwie eine Datensammlung Ja, aber wahrscheinlich unten Oh, jetzt von da oben Bäm! So Die Stimme, ey So, was machen wir denn heute? Ähm, ja ich weiß nicht, was sich so ergibt, würde ich mal behaupten Ja nix Ja, also wie immer Let's pretend Aha Mal gucken, was haben wir denn offen Wir haben nur noch eine Nebenmission Ehrlich? Ja gut, ich werde das erkunden, ja Spalte erkunden, ja Da gehe ich schätze Ja gut, dann gehen wir mal Muss ich auch nicht, dann muss ich ja nicht mit hin, ne Hm, gut Und? 140 Datensammlungen Kann man mit arbeiten Oh, ich hab 150 Hm Noo, 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 noo Wie viel 150 hast du? Hm Oh, ne Mach das doch wieder mit dem Scheiß Springer In der Mitte Oh Fuck Treffer Oh 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 Was langer Nein, es gibt nur den Weg Möchtest du nicht, dass ich dein Weg gehen Okay, ne, ich dachte, hier gibt's zwei, weil bei dem anderen gibt's glaube ich nämlich auch zwei Ja, glaub's auch Ja, glaub's auch Lass es nicht auslassen hier, deswegen ist am Ende die Punkte Ja, du bist ja am Anfang schon ganz gekonnt und etwas wobei gelaufen Wäre ich? Ja Passiert Das ist nicht so weiter schlimm Okay, wenn sie das sagen So Wie lang geht denn der? Der Scheiß, ja Kommen wir denn nach hinten hin Oh, das war jetzt schlecht Ein Abstütztempelbonus Aha Scheiße So Verspäteter Volltreffer, bist du runtergefallen? Nein Der fällt ja nicht runter Ja, weiß ich nicht, du vielleicht Man kann ja nie wissen Aber ploppen bei dir die Plattform auch nur auf? Ich guck immer ein bisschen nach unten Hier ist nix Also ja Heu, 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 heu Äh, wo geht's denn nüsse So, ich muss auf jeden Fall nochmal hier hin, weil da ist noch eine Plattform Hier geht's glaub ich ja weiter, oder? Hä? Jetzt bin ich runtergefallen, aber Ich bin glücklich, es ist nicht ich da drin Okay Ah, Mist So, die tauchen einfach mal spontan auf Gut, ich glaub das wird nix Na, das, äh, da hast du wohl recht Nein, ich bin auch runtergefallen Hilfe! Naja Das war ja... Irgendwie komisch Das war ja nix Das war ja nix Aber diese Leistung war solide Ja, toll Das sagt der Computer Wenn der das, Alter, da fallen ja bald, naja Aber es war knapp Naja, ging so, ne? Jaa... Geht knapper Es geht knapper Das ist richtig Es geht wahrscheinlich auch besser Auf jeden Fall Ja, wären wir am Anfang, beziehungsweise ich war am Anfang irgendwie verwirrt, dass die so aufploppen, so komisch Geschafft ist geschafft Genau So, jetzt dürfen wir wieder zu Matt Matt, du bist scheiße Äh, das ist ja nicht weit weg zurück Ah, ist ja nicht weit weg zurück Excellent job Ich habe etwas spezielles für dich hier Na gut, dann mach du mal Okay Ich sammle da nochmal ein paar Datensammlungen Mach das Huiiii Oh, ich bin da runtergefallen, ist doof Gibt eh noch viel zu viele von den Dingern Ja, das stimmt, ey Ja, das stimmt, ey Jetzt, wenn du das aufhörst Ich kann das Chaos, die durch deine Erkrankungen verhindern Und dann muss ich mit einem Upgrade für dich Ja, da gibt es extrem viel, wa? Ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen Oh geil, wir haben Matt Miller Anzug, hallo Wer will sowas nicht? Jeder normale Mensch Genau Aufgabe abgeschlossen Die Wände Was ist jetzt neu dazu gekommen? Äh, das Prestige Das Prestige? Blast Element Gedankenkontrolle Oho Müssen wir da vorne noch hier wieder rein, oder? Momentan noch nicht Was müssen wir denn dafür tun? Ja, mach... Äh... Virusinjektion, glaub ich Terminator Ja Ach guck mal, wir haben ein paar Sachen dafür aber schon gemacht Hotspots oder sowas So ziemlich alles Vorausschauend Na gut, wir haben einfach immer gemacht Ja, vorausschauend Genau, genau In weiser Voraussicht Reden wir schön Genau Find ich gut Find ich gut Ich habe ein kleines Code, um zu uploaden in die Simulation Ich nehme keine Sicherheit aus, während ich sie verholt Ja, 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 ja Ach Matt, du bist schon eine alte Kackpratze Ja, ja, ja Aber diese Gammelmissionen von den Leuten nimmer Wäre das nicht immer dasselbe Aber dann kriegen wir auch, äh... einen Erfolg Ja, ja, klar Genau, wir machen jetzt einfach einen Erfolgsrun Dann brauchen wir die bestimmt noch Ach so, hier sowas musst du machen Ach, schon war ich Äh, mach du mal, weil dahinten ist irgendwie ganz, ganz viel... Ach so Was ist denn da hinten ganz, ganz viel? Ach so Datensammlung Habe ich hier gleich drei von diesen größeren Ansammlungen Na dann Habe ich mal einen geholt Sammel sie Für den Teil Dankeschön Okay Sterb, ihr blöden Sinn, Jax Okay Ich Alle Hier kommt mal deine Freundin Ach, Schotzi Da fliegt sie Was willst du denn? Bäm Schade, leider geht das gegen Autos irgendwie nicht, ist ja doof Was? Oh fuck, ich hab keine Munde mehr Was geht gegen Autos nicht? Dieser Tritt hat grad nix gebracht Gegen den Sineck Das warum? Weil du schlecht bist Ja das kann sein Was wird ihm hier los? Ich hab ihn getötet Ich hab ihn getötet Ich hab ihn getötet Jo Stirb, Bulle Geschafft So das war's für sie, ne? Ja Trifft dich mit Matt auf dem Tisch Auf dem Tisch Auf dem Tisch Ja Wer weiß was die Drecksau wieder machen will Nimm mal das was zu tun 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 Das alte Ferkel Das wär eh das geilste Wollte ich wahrscheinlich dann auch wieder sagen Nenn mich Nightblade Ist das denn Ach hier ist ne Audiolog Working for the Syndicate was a great job Oh, guck mal, da ist noch ein Munde mit der Audiolog Die Kassel Jo 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 Errungenschaft freigeschaltet. Du filmst alles, was du für mich tun kannst. Oh ja, Bromantic. Ging aber schnell. Ja, der ist halt ein Noob. Der hat nicht so viel. Vor allem, wir haben immer noch nicht alles für Kinsey gemacht, oder wie? Es scheint mir mal fast so... Was haben wir jetzt bekommen? Auftrag. Last Element Gedankenkontrolle. Wir haben keine Nebenaufgabe. Ach, haben wir momentan echt nicht? Ne, wir haben nur noch Finde Johnny Gadd. Also machen wir jetzt entweder Nebenaktivitäten, oder wir machen, ja, können nur die Hauptstory weitermachen. Bist du denn? Ach, da bist du. Aber hier musst du ja auch noch ein bisschen einiges an Nebenaktivitäten geben. Ach, sollen wir jetzt die Nebenaktivitäten mal machen? Na, entweder das, oder wir machen Hauptstory. Er lasst du jetzt noch so ein paar Nebenaktivitäten, scheiß Wort. Und dann, äh... Ja, können wir mal so wieder weiter. Können wir gerne tun. So, hier unten haben wir, das haben wir schon gemacht, oder nicht? Trotes Markierung, Coop. Aber, smoke. Danke.